Moin Leute, was geht? Also, wir zocken heute eine neue Runde. Okay, ich glaub, meine Dings wird eh gleich wieder ausgehen. Ich muss die Aufnahme jetzt schon 500 Mark machen. Das dauert immer 100 Millionen Euro. Das ist halt das Blöde. Weil, das geht dann immer aus, an, aus, an, aus, an. Und das nervt halt dann immer. Also, wir zocken heute eine neue Runde. Ah, ich weiß nicht, ob, ne. Ne, stimmt, ich hab, ähm, zur Info. Fangs, ähm, falls ihr euch jetzt wundert, hä, warum hat der Dings schon so viele Dinos und der hat ja gar kein Mittel gemacht gegeben. Ich fangen heute erstmal mit Armin, ich weiß, es ist dumm. Aber, ja, ich kann nur einen Account erstellen, aber, nee, nee, feier ich nicht so, nee. Also, mein Freund hat nämlich mich grad dran gehindert, äh, wegen Aufnahme, weil er mich angerufen hatte. Dieser Specht. Ich sag nicht den Namen, das sag ich schon mal fest, ne. Und mit den Freunden, mit denen ich immer zutre, ähm, ich sag den Namen auch nicht, das ist privat, tut mir leid. Also, falls ihr euch fragt, na, obwohl doch wir sehen, habe ich schon mehrere Videos aufgenommen, ähm, das ist Elia. Nachname, niemals sage ich denn. So erinnern muss ich nicht. Okay, wohl. Ja, ich bin zu empfohlen bei meiner Airspace. Ich sag jetzt erstmal alle Dinos. Ankylo mit Sattel, Sarko mit Sattel, Bronto ohne Sattel, Bronto ohne Sattel, äh, Fahne mit Sattel, also Zuchtb... Zuchtbulle! Äh, die Lyptokos mit Sattel, das ist schon nicht so, ja. Und dann können halt die ganzen Reihen hier einfach zu den Sitzblättern. Ja, und halt so weiter, ne. Äh, und, warte mal, ich könnte, na, wohl, ich will mit euch mir ein Dino ziehen, weil, äh, ich glaube, ich bräuchte, äh, mal wieder eine Schildkröte. Na, komm, wir ziehen mit den Schneider. Ist auch ganz schön optimierhaft, weil ich jetzt nie weiß, was für die Dings machen soll. Ähm, Schildkröte, ich glaube, die haben, schon keinen mehr, weil ich schon hier alle mit Sattel gekürt habe. Ja, ich habe wieder existiert, weil ich wirklich gerne mehr. Deon. Ist das denn? Aber ein anderer Sattel existiert hier, oder was? Na, cool. Was ist denn? Diese ehrenlose, diese ehrenlose Heslam kommt jetzt hinterher, oder was? Nee, oder? Aber ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll, naja. Ich muss gerade überlegen, was hätte ich denn schon wissen, aber. Ich muss gerade mal überlegen, ich würde ja nicht beschwungen. Davon ist sicher, ich würde die gehören, ich würde es merken. Ich würde es schicken. Ja, ich würde es schicken. das ist das, das ist das. Ich würde es mir mal feststellen, dass ich das alles geht. Das ist das, das ist das, das ist mir ein Sattel. Das ist das, das ist? Das ist, Sagt ich gerade. Und ich bin ja gerade der mit dem Daukel. Die Leute, was ist denn diese Drecksache? Also, ja. Seht ihr? Drecksache. Nein, ich muss mal jemanden geben. Ja, komm her. Wie, Alter. Was tut er denn jetzt nicht? Na ja, okay. Warte mal. Steffa, mein Lacko. Auf, ähm... ...Felgen. Da haben wir tot. Oh, shit. Oh, shit. Na ja, komm. Na ja, komm her. Ja, mach halt nicht. Ja, halt nicht. Hör. Boah, ist da blöd. Ja, schau mal kurz rein. Digga, was war das für eine Bummi? Ui, oh. Digga, Sarko sind manchmal echt Bummi. Ja. Sarko sind solche Bummi. Hier. Alter. Ja, genau. Guck, guck, ich mach mal mein Level an. 93, Mann. Ich krieg, glaub ich, eh dann vielleicht eine Kacke. Warte mal. Ey, guck, ich hab ja meiner verhelfen gemacht. Hat meiner geholfen. Da steht immer noch wie so ein Faul. Fauler Sack. Ja. Und macht immer gar nichts. Komm, Junge. Ich mach jetzt auch wieder passiv. Ich hab mir auch nicht mehr drall gemacht. Ja, okay, also. Kann mir jetzt gar nichts, oder? Warte mal, hab ich überhaupt... Warte mal, weil ich mir ja jetzt eine chillige Schildkunde erzählen will. Ja, reicht. Wenn die Hölkunde nicht auf die Auge eingeht. Ach, lass doch mal die Dote. Lass mal Tiki und die haben die gute Kleine. So. Guck, wenn wir für die Tiere kommen, was ist das? Was ist das? Warte, also. Hey, Leute. Ich muss wieder mit Fäusten. BANG! BANG! Oh, war doch ein bisschen eine Falsentfeilung, oder? Ja. 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 hab sie. Easy. Na komm, va Brady hast du schon mal. Ich hab nur bis mal ein Level kaputt. Level 30 gesagt oder jemand ... Junge, wie lange braucht das dumme Vieh denn? Alter! Junge, wie lange braucht das Vieh denn? Oh Junge, ich trinke gerade bei der Aufnahme ein bisschen was. Oh, was ist das denn? Äh, warte mal. Äh, wer ist? Kenn das jemand? Oh, ah ne, trinke ich nicht mehr. Wann ist denn gut? Wann bist du haltbar? Natürlich steht der nicht mehr. Cool. Wallah, wer hier so misstiert. Ach du kleiner Hässlein hier oben! Na du Hässlein! Na du Hässlein hier oben! Warte, ich pushe mich jetzt mal. Sag mal, Widerstand. Habe ich noch gar nicht gepusht, noch nie. Wirklich, noch nie habe ich das... Ich habe noch nie auf Widerstand gepusht. Ich mache das jetzt irgendwo morgen. Guck mal, hier gibt's gerade nur Kacke. Ich kann jetzt... Kanu-Sattel könnt ich hier unten nochmal machen. Bäää, muss ich ja nicht mal. Junge, ich werde hier nur 43 werden. werden dass ich dann für Bronte Rosatil was machen kann ach was bist du Digga? Keine Ahnung einmal die und du scheiße jetzt warte mal shit das können die jetzt bisschen dumm werden weil ich nicht weiß was man für die alles braucht ich glaube 100 pro ganz viel Metall 100 pro so dann mach ich mir jetzt schnell oh ich kann halt hier drauf drücken warte mal dann müsst ihr euch hier oben nach oben schieben ich bin grad mit Digga Hanna äh warte mal wie weit ist das denn hier jetzt so oh geil ich guck dann ach wie war ich hier nackt komm her jungen die geh ich jetzt bombe weil die haben mich so oft gekillt komm jetzt her komm jetzt her die Drecksack hier was oh oh jungen die Drecksack haben mich immer so oft gekillt jungen Drecksack hier alter das geht hier will gar nicht fast 100 verdorbenes fleisch stadt ja meine mitte hat sich grad bisschen wild aus hab ich euch schon meine zweite ist verzeiht ne ne warte mal ach ach verplackt im Teckdack da ist schon nie den Teckdack so wirklich ach leider naja ist das halt hier mal nachgekommen so jetzt ähm das ist meine Weiß bei Beaver ach den ich grad gekillt habe einmal auch mann jetzt muss ich wieder nach hier unten verschieben noch was ich in porschen 1 2 3 natürlich fast junger wird wird und habe ich hatte ja eigentlich was sind denn die ganzen team was seid ihr denn für Mommis guck mal du bist mein bester Dino ja Alter was habe ich bei dir denn alle Alter wie viele Baubläne wie viele Baubläne haben wir beide drin Alter Alter wie viele Baubläne habe ich bei dir denn Baubläne das tut mir ja wepp Alter wepp an dich Alter so wepp die Hälfte Leute was habe ich bei dir denn alles drin Mann ja ich schau jetzt aber Baubläne an komm her Baubläne ich will dich anschreifen ja Junge dich tut keiner Junge drüht Mann was soll ich anstreichen äh ich streiche meine Wutupuppe an die wird jetzt grün oder sie oder warte mal wie sieht die Fiegeil aus sieht die aus ja verblau verblau süß ja oder sieht es blau besser aus ich hoffe blau Leute das ist immer mein Problem ne ich werde halt immer mal Alter warum werde ich rausgekickt na komm wir sagen jetzt in dem Sinne haut rein spaß natürlich nicht haut rein Junge natürlich auf jeden Fall nicht ne voila ich ich verabschiede mich ganz anders weil ich euch ja noch ein Tier zeigen wollte ähm Katze jetzt eine Frage kannst du es rausschneiden Junge wenn du das nicht rausschneidet den kündig dann kündig den in der Kündigung wenn du es nicht machst also an mein Kater jetzt alles gewendet ja also und liebe Grüße gehen an mein Freund Erik uja uja ach ich hab ja nur Mentos geil Mann geil Moment muss ich jetzt reinziehen beide Aufnahmen Mentos reinziehen Digga das geht ja jeweils gar nicht haltet kurz äh Digga ich weiß es hängt gerade alles hey Mann ich hab jetzt mal ein Stegi ach so guck Leute ich hab Stegi und dann mit 12 ich hab jetzt mal sagen Leute bis zum nächsten mal